Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Haben wir das wirklich gemacht? Einfach mal einen Schnitt gesetzt. Mitten in... Oh, Rio de Janeiro. Oh, schön. Kurka, Cabana. Oh, das sieht so aus wie die Oma Scher. Nie von ihm gehört, Sir. Nie von ihm gehört. Super, wie auch bei dir, Oma Scher. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Wer ist unser Ticket zu Makarov? Ah, verstehe. Da wir an der Karos rankommen, müssen wir jetzt in die Falafels von... Und Leon Mascher töten. Genau, müssen wir jetzt mal... Genau, von Rio de Janeiro in Brasilien. Falls ich vergessen hab, wo es ist. Hübsch. Äh. Nein, Eike, man kann nicht da rangehen und unter das Röckchen schauen. Das machst du doch sonst immer. Genau. Steht schon, als sei in der Tenno extra ein Rock an, bis du im Hintergrund da drunter gucken kannst, das Werkel. Runter. Oh, tut mir leid, aber das Glas ist sehr geil. Oh, tut mir leid. Ah, das ist der mit den... Das ist der mit den... ...mit den... ...mit den... Irokese. Mit ihre Irokesegranate. Cool. Oh, tschuldig, Leute. Menschen Achtung wir wissen aus der letzten Mission keine als sie wissen wegen Ganga mit Winn Diesel und irgendeinem Gucken Typ der doof guckt ach du meinst er oder ist groß die schon da ist groß der war so traurig dass der gestorben ist der zu über eine Persönlichkeit das ist der so traurig LeFloid du bist so kacke Alter ja wir haben wir haben ihn die Schüsse weggeballert geil wir haben Leon Mascher erwischt da ist ein Badi Prozent 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 wollte das aber ein Nippel anschließend ja an deinen Nippel sieben Euro die Stiftung in der Stiftung oder die Stiftung er sei nicht mehr die Anruf ist ein Mieter ist ja sein Mieter kann aber er war weg hier Wir wollen euch schützen. Wir bringen euch Demokratie in Form von Kugeln. Nein. Wir bringen euch Frieden. Das ist der... Gegen die Gangs. Genau. Es bekamen die Typen praktisch... Keine, keine, keine... Wie heißt das? Es bekamen die keine Rüstung. Die tragen einfach nur Hemden. Hui! Frauen ist cool gesprungen, aber leider unspektuell gestorben. Was? Mich hat erwischt, mich hat erwischt. Wer bist du? Ist mir egal. Du kannst übrigens, du kannst es mir schaffen, dass die nicht sterben. Dass das keiner stört. Ah! Nämlich bis zum Zielpunkt laufe. Ja. Scheiße. Dann lieber bei dir. Ja, was soll mir das bringen? Jetzt umstellen, sind Sie an sich zum Stellen. Warte, da. Yes. Kann ich das Motorrad nehmen? Oh, scheiße. Warte mal, ihr geht mir auf den Pizzel. Ist egal, die verschwinden gleich, wenn du da über den Triggern laufst. Ich wollte halt die Pizze an. So. Naja, wenn wir über den magischen Trigger laufen, wird der als nächstes Event abgestartet. Oh, oh, oh. Der Hund ist böse. So. Wieso? Oh, Peter wird jetzt wieder ausrasten. Der Hund macht da nichts. Aber wir sind ja kein... Doch, der wird uns dann später folgen. Und dann anfalten. Das weiß ich eigentlich. Muss... Oh, war das ein normaler Mensch? Ja. Oh, scheiße. Hund. Der kommt trotzdem Hund. Ja, der kommt trotzdem. Ach, ich dachte, das wäre der Hund von da. Nein, das war er nicht. Bap. So. Bam. Oh. Bap. Oh, die zielen ja echt mies. Die sind ja schlechter als ich. Hat meisterungleiner. Ich hör doch an, wer schreien. Ist egal. Bap. Oh, schönes Hemd. Jetzt einfach durchlaufen. Ich kenne den Levelabschnitt hier. Naja, das ist jetzt hier den Abschnitt schaffen und dann wird dann der Typ rennt von uns weg, nicht wahr? Ja. Ja, Neon, Mascher läuft von uns. Komm schon, der sieht wirklich so aus. Jeder sieht mit mir Mascher aus, der irgendwie so eine Halbklasse trägt. Und dieses Milchgesicht hat. Was? Oh, scheiße. Keine Granaten werfen hier, Dich. Das ist so tödlich. Weilen Zivilisten? Ja, keine Granaten werfen. Okay. Ja, zum Glück haben die Zivilisten keine Waffen in der Hand und tragen keine schönen Sonnenwolle. Ach, ich hätte die jetzt eigentlich erwischen können wir hier oben langlaufen. Egal. Aber durch die Häuser laufen. Ja, aber zum Glück kann man ja... Du kannst das hier übrigens ohne einen einschiebenden Schuss schaffen. Dem einen von ganz genau durchrennen, aber ich glaube, da muss man echt super, super, wie heißt das hier, äh, Speedrun-mäßig auch sein. Einfach durchlaufen. Okay. So, blind Granate und durchlaufen. Los, los. Oh, scheiße, explosives Fach. Warum haben die explosiven Fässer hier stehen? Weil sie bei John McCraig eingekauft haben. Ah, ja, stimmt. So, kurz heilen, Healing Factor. Ja, der hat uns doch gut aus den Augen verschwindet. Warte mal, ich nehm mal, ich nehm die mal mit. Warte, der tut nicht zwei Doppel-MGs dabei? Egal. Ja, hier. Doch, da. Ich glaub, die sind ganz gut. Die scheiße, die, nein, die sind scheiße, die laden ewig nach. Ah, stimmt. Ach, das ist diese Akimbo-Scheiße aus dem Multiplayer. Wollen sie dran? Oh, fuck, die Heilig Drei Könige. Hau ab, hau ab da, bleib, geh raus, andere Richtung, anderes Haus. Ja. Ich geh einfach dran vorbei. Hallo. Ui, da ist aber fein. Schön. Du läufst das Fettschöpungs. Du läufst das zurück. Du läufst das zurück. So. Nee, ich glaub, ich kann hier raus. Cool. Ja, komm, Leute. Ich will euch gar nichts tun. Ich will gar nicht fehlen lassen. Ich find Asieren eigentlich ganz cool. Wir brauchen den Leben und unverletzt. Ja, wir brauchen ein YouTube-Money. Ah, scheiße. Ah. Waffe wechseln. Ich hab Blut in den Augen. So, los, den schon jetzt, jetzt zu stellen, wär' ich peinlich. Das wär' ich peinlich. Das war voll heftig, nicht wahr? Ja, Machère. Ja, Machère. Ja, Machère. Ach, zurück, sag, kannst du. Sag, kannst du. Ja, ich weiß. Warte, was ist. Uzi Akimbo, die ist gut. Uzi Akimbo? Da. Aber da sollte ich doch über die andere abwechseln. So. Dann nehm ich da hier. Ja, und auch. Uzi Akimbo. Weil. Okay, jetzt. Wir treffen und. Oh, cool. Ich bin voll der Pro. So, okay. Ja, ich weiß nicht. Du bist zu langsam, D-Charme. Der Witz ist uralt. Du musst wie, wie die alte 4 Games einfach durchrennen. Genau. Du darfst nicht, du lässt dich zu sehr aufhalten. Alte 4 Games, alte 4 Games. Ich glaube, es ist ja. Ja, hat Bums gemacht. Jetzt noch mal Geld bezahlen. Auch mal nix. Koppakabaui. Erfroß seine Ananas. Die hat er da drin gelassen. Der Himmel ist frei. Den Heli sofort schicken. Die Ananas kann er behalten. Ich will über die alte aus dem Video ab. Bleh. Wie die Kuhnmöpsen. Gitti-Fui. Ananas? Welche? Habe ich nicht aufgeahntet. Natürlich nicht. Doch, da achtet den Brasch. Ja, tschüss, Schrio. Ich habe mir ein bisschen rum mitgenommen. Du bist jetzt Ramirez. Sand, bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Ach, no right. Ich habe zuerst an. Ich habe jetzt zuerst an. Total negativ. Kommt, wer gedacht. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. Sand, bravo. Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Ah. Der Himmels Freistation. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Ach, nur 100. Negativstation. Alles Bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Oder jemand hat auf der Bildschirmung geliezt. Wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde? Over. Wir sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjazz über der I-95. Wie teuernde sind Sie durchgezogen? Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier Sergeant Foley. Erstes Bataillon. 75. Das Ranger-Regiment. Befehlt haben der Commander von Hunter 2. Hören Sie mich? Over. Oh, die kennen wir. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zurzeit nicht einsatzbereit. Cool. Ich sehe, er ist blind. Na, schon wieder. Wolverines. Tag 4, 17 Uhr. Nord-Ost-Virginia. Ich habe nicht Vaginia gesagt. Oh nein, Eike. Geht schon. Geht schon. Ich sage es nochmal jetzt mal. Realtalk. Asig und Scheiße sein. Das ist der Sinn dieses Let's Bees. Und weißt du, wo man auf diese Mission anspielt? Ja, weißt du, wo man auf diese Mission ja anspielt? Na? Auf den Film, die Rote Flut. Oh mein Gott. Ah, Scheiße. Wer hätte gedacht, dass ein Panzer einen Schaden suchen kann? Oh, Wuffi, Wuffi. Hallo, wo bist du? Wui, wui. Oh, geil. Hey, Benno. Wuff, wuff. Das ist eigentlich klingt wie ein hohen Name. Ah, ach ja. Weil ich ja schlau bin, Eike. Schalalau. Mit zwei Haar. Weiß ich ja schon, wo wir hin müssen. Du weißt ja, das ist im COD-Spiel eh auch meistens offensichtlich, wo man hinlaufen muss. Das ist schon krasse, Boom. Ja, wenn man sich mal ein bisschen die Video-Gemung ansieht, weiß man es schon sofort. Oh, hör dir mal die dramatisch traurige Musik an. Oh ja. Da wäre ich ganz traurig. Amerika ist da. Oh, ja, die Russen sind da. Ja, endlich. Oh, ein PCD. Ein BTR. Ein BTR, ein Bombiger, ein Bombiger-Transporter-Rolle. Ein Bombiger-Titten-Roller. Genau, das wäre schöner. Ja, in diesen Filmen mit Patrick Swayze und Charlie Sheen, wo die Russen, äh, wie heißt das? Oh, Munition. Äh. Bam, oh bam. Auch keine Ahnung. Auch keine Ahnung. So. Versteck mich wieder in dein Auto, da kann bestimmt nichts passieren. Ja, wo ist das Ding? Bam. Oh, der Russe hält aber nicht viel aus. So, ich muss ja warten, muss ich halt. Ja, oh, ah, oh, scheiße, ah, ah, das war zu lange gewartet. Ich hab Blut in die Augen. Die Chan, du sollst doch, die Chan, wir, äh, ist egal. Ich will eigentlich auch, dass du ein paar Bugs hervorrufst, auslöst und so. Ja, aber wie sollst du bitte durchrennen? Wie soll ich denn bitte Bugs auslösen? Indem du durchrennst. Ja, genau. Indem du durchläufst. Ah, scheiße. Ja, genau, ich werde durchrennen und werde von Granaten zerlegt. Danke, Eike. Da musst du halt ein bisschen Skill haben. Genau. Ja, da wo bist du? Komm, lass uns einen Wodka trinken. Und dein Bild, äh, ein bisschen Belenis essen. Ne, das ist falsch, oder? Oh, shit. Du bist gedauert die Granate gerannt. Ja. Das sagt das auch so. Wenn du dort bist. Hör auf. Auf die Schrott nützen und sich die Schrott wird, aber die ist cool. Die ist scheiße. Naja, weil sie hilft sofort beim ersten, äh, direkt beim Kennenlernen. Warte mal. Hier. Ich hasse, ich hasse, ich hasse Taxis. Bam. Oh, ich dachte, es geht direkt kaputt. Schade. Kann ich das Auto zur Explosion bringen? Ja. Hörst du dich, die brennen nur. Die brennen nur. Echt? Ne. Die machen aber keinen Schaden. Warte mal, ich kann auch, cool, kann ich auch, weil es ja auf Actionfilm wichtig ist, kann wir ja auch auf die Zappseern schießen, die dann explodieren. Voll realistisch. Denn wir wissen ja alle, wenn du mit einer Waffe auf einen Tank ballerst, dann explodiert er. Nicht wahr, Eike? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Warte mal, da ist doch noch einer. Oh, das Auto piept. Warte mal, was macht man denn da am besten dagegen? Einfach durchrennen, den schon. Okay. Tschüss, schimmelier euch, schimmelier uns. Okay, bam. So. Kann ich das auch machen? Nö, es ist eine Art und Textur. Scheiße. Colonel, ich komme nicht weiter. Warum? Es ist eine Textur. So sieht's aus. Die Schweine haben Burger Town übernommen, Eike. Ich wollte mir noch ein Happy Mehl holen. Oh, nee. Oh, das Glas. Bis zur nächsten Folge. Echt? Nee, wir sind doch erst bei 13. Zwei Minuten noch. Okay. Nein. Tschüss. Okay, Leute, dann sehen wir's an. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.